Wenn man so eine Linie bewerten muss, da geht es in allererster Linie um eine gewisse Flüssigkeit. Das heißt, man hat einen Startpunkt, man hat einen Zielpunkt und zwischen den zwei Punkten soll man sich flüssig bewegen. Das heißt, man sollte sich die Linie so aussuchen, dass man auch alles schaffen kann, also man sucht sich auch Sprünge raus. Aber die Sprünge sollten nicht zu hoch sein, sodass man auch die Sprünge flüssig und schön durchfahren kann. Darum geht es beim Freireiten. Es geht um diesen Fluss, dass man eine Linie von oben bis unten schön durchzieht und in diesen Hang, in diesen Berg reinzieht. Darum geht es. Ob jetzt jemand hochspringt oder ob jetzt jemand weniger hochspringt, das spielt eigentlich keine Rolle, würde ich sagen. Wichtig ist, dass man immer höher der Lage ist, dass man das kontrolliert macht und dass man auch die Sprünge, die man wählt, sauber landet. Darum geht es.